Ich steh' nicht im Telefonbuch. Wer ist da? Kurierdienst. Wenn Sie Probleme mit jemandem haben, können Sie nach mir fragen. Jackson Healy. Du bist Privatdetektiv? Sie können sich im Haus weit haben. Gib mir deinen Linken Namen. Nein! Wenn du zum Arzt gehst, sag ihm, du hast ne Spiralfraktur. Nein! Tieflufthold. Nein! Die Mafia versucht ihre Geschäfte nach Los Angeles auszuweiten. Irgendwie ist Emilia darin verwickelt. Bitte, finden Sie sie, beschützen Sie sie. Marge, Jack Healy. Ich will dich nur was fragen. Für wie blöd halten Sie mich? Bei Ihrem letzten Besuch bleibt dieses kleine Baby genau hier. Keine Bewegung. Ein paar Leute, denen ich vertraue, sagen, du kannst das ganz gut. Sie sind der, der meinen Dad verhauen hat. Geohrfeigt hat. Hast du sie hier gesehen? Was hätt' ich davon? Er hört damit auf. Womit? Au! Fuck! Damit. Du stehst in der Zeitung? Du bist der schlechteste Detektiv der Welt. Falsch! Waffe! Sie ist einfach positiv. Es wurde keiner verletzt. Manche schon. Ich will sagen, Sie sind so schnell gestorben, dass Sie nie richtig verletzt wurden. Ich steh' nicht im Telefonbuch. Wenn Sie Probleme mit jemandem haben, können Sie nach mir fragen. Jackson Healy. Ich arbeite für das Justiz...